Was ist Chemie? Alles um uns herum ist Chemie. Von den Vorgängen in der Natur bis hin zu unserem Alltag. All unsere Produkte sind das Ergebnis daraus, dass der Mensch gelernt hat, sich chemische Vorgänge zu Nutzen zu machen. Wir können Menschen von Krankheiten heilen und aus Rohstoffen nützliche Produkte machen, ohne die unser Alltag nicht funktionieren würde. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg kann man Chemie oder Molecular Science studieren. In Molecular Science hat man später die Möglichkeit, im Bereich Life oder Nanoscience zu vertiefen. Die chemischen Wissenschaften in Erlangen sind sehr spannend aufgestellt. Hier wird an wichtigen Zukunftsthemen geforscht. Studierende haben frühzeitig die Möglichkeit, daran teilzuhaben. DNA-Moleküle können viel mehr als nur genetische Informationen speichern. Ich möchte dazu beitragen, mit DNA-Wirkstoffen Viren zu bekämpfen oder Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs heilen. Wir entwickeln die Katalysatoren der Zukunft. Wir möchten edle Metalle wie Platin durch Kaltzimmer setzen. Ein günstiges Metall, das man überall findet. Ich entwickle neue Methoden, um nanometer-dicke Beschichtungen für Salatzellen mit ultimative Genauigkeit zu ermöglichen. Selbst hinter Rost verbirgt sich großes Potenzial. In Zukunft wird man damit Materialien leichter sortieren und recyceln und sogar Wasser aufreinigen können. Ich forsche an kleinen Partikeln, die Wasserstoff sichtbar machen, damit unsere Mobilität der Zukunft sicher bleibt. Mikroorganismen können Wasserstoffgas herstellen, ganz ohne hohe Drücke oder Temperaturen. Ich versuche durch Strukturanalyse zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert. Ich verwende sichtbares Licht, um neue Medikamente im Kampf gegen Viren und Krebs herzustellen. Mit Hilfe von hochauflösender Spektroskopie untersuche ich chemische Reaktionen an Grenzflächen, um sie zur Speicherung von erneuerbarer Energie zu nutzen. Mit einem Studium der Chemie oder Molecular Science in Erlangen kannst du deinen Beitrag zu vielen wichtigen Herausforderungen unserer Zeit leisten. Forsche an nachhaltigen Konzepten zur Energiegewinnung, entwickle neue Wirkstoffe und Therapieansätze, beteilige dich an der Forschung zur nachhaltigen Landwirtschaft und trage dazu bei, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Aber welche Berufsmöglichkeiten hast du nach dem Studium? Die Einsatzgebiete von Chemikerinnen und Chemikern sind so vielfältig wie die Chemie selbst. Ob es für dich später also ins Labor, in den Hörsaal, ins Büro oder in die Natur geht, liegt alleine an dir. Ich studiere Molecular Science in Erlangen. Ich habe den Studiengang ausgewählt wegen der hohen Interdisziplinarität. Ich kann mich entscheiden zwischen medizinischer Chemie oder Richtung Materialwissenschaften. Ich bin mich eigentlich dadurch auch gut vorbereitet auf mein weiteres Arbeitsleben, entweder in der Wirtschaft oder in Richtung Forschung. Studierende forschen bei uns in Gemeinschaften, in welchen jeder und jeder einen eigenen Beitrag leistet und dafür auch Verantwortung übernimmt. In der Gruppe, die ich leite, haben wir über die Jahre einige wirklich außerordentlich talentierte Studierende gehabt, die wir zum Beispiel auch ins Ausland für Forschungsaufenthalte geschickt haben. An der FAU verstehen wir die Chemie als die zentrale interdisziplinäre Wissenschaft. Man lernt viel und man erreicht viel in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus zum Beispiel der Physik, der Biologie, der Medizin oder den Ingenieurswissenschaften. Bei uns forschen sie nicht nur in den Arbeitskreisen der Chemie, sondern auch in anderen Departments unserer Universität und in Forschungseinrichtungen wie Max Planck, Helmholtz und Fraunhofer-Instituten. Für unsere Studierenden bedeutet das, die Möglichkeit über den Tellerrand hinauszuschauen, sich Kompetenzen in den Grundlagen und deren Anwendungen anzueignen und sich somit optimal auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Wahl des Chemiestudiums an der FAU war einfach perfekt für mich. Insbesondere der Brückenkurs am Anfang vom Studium bereitet einen ziemlich gut darauf vor, was man anschließend im Studium alles durchnimmt. Vor allem ist es aber eine gute Möglichkeit, dort seine Kommunikation kennenzulernen, wo ich persönlich sagen kann, dass ich dort einige meiner engsten Freunde kennengelernt habe, mit denen ich heute sogar noch Zeit verbringe. Ich finde es cool, dass ich schon so früh die Möglichkeit hatte, mich aktiv an der Forschung zu beteiligen und so auch einige Handgriffe im Labor lernen konnte. Außerdem ist Erlangen nicht nur eine perfekte Stadt, um Chemie zu studieren, sondern auch ein gutes Studienleben zu haben. Mit vielen Cafés, Kneipen und einfach genügend Möglichkeiten, sich eine gute Zeit zu gönnen. Und wenn auch du deinen Beitrag zur modernen Forschung leisten willst, dann studiere Chemie und Molecular Science an der FAU. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020